Sie, überheblicher, garverser preußischer Scheißaristokrat. Mit Ihrem eisernen Kreuz wird's wohl nichts mehr werden, Hauptmann. Sie haben nämlich nicht mehr viel Zeit. Wo ist der Rest Ihres Zuges geblieben? Ich frage Sie, wo ist der Rest Ihres Zuges geblieben, Feldwebelsteiner? Sie sind der Rest, Hauptmann Stranski. Sie sind als einziger von meinem Zug übrig. Und jetzt nehmen Sie Ihre Waffe. Können Sie damit umgehen? Sie sind der Rest. Sie sind der Rest. Sie sind der Rest. Sie sind der Rest. Schön. Ich akzeptiere es. Ich werde Ihnen zeigen, wie ein preußischer Offizier kämpfen kann. Dann sehen wir uns in der Helle wieder. Und ich werde Ihnen zeigen, wo die eisernen Kreuze wachsen. Ich steige Ihnen das. Ich steige mich vor, nicht zu sehr, sehr auf den Weg zurück. Jetzt geht Ihr extert. Kommt hin! Kommt hin! Kommt hin! Vielen Dank.